Hallo, mein Name ist Silvia Stocker, ich bin Global Robotics and AI Thought Leader, Founder and CEO der Firma Arabesk in Zürich. Am 31. August bin ich beim InnoCare 2023 Event im Gareum Auditorium in Zürich. Und dabei spreche ich in meinem Referat zum Thema menschenzentrierte Automatisierung mit Robotik und künstlicher Intelligenz. Was heisst das für Sie? Warum ist das relevant? Und wie müssen sich Unternehmen darauf vorbereiten? Melden Sie sich jetzt an. Wir sehen uns Ende August. Ich freue mich auf Sie.